Was habt ihr, ihr müsst da weg, alle. Nico, du auch. Ja gut, oder dann halt so, dass er... Pass auf, wir wollen hier diesen paar Schritte machen. Ja, ja, ja. Wir nehmen eine langsam versuchende Haltung an, bitte. Und machen ein paar Schritte. Also, Herr Klautnitzer muss gleich den Pathologen am Telefon zusammenscheißen. Scheißen? Ja, richtig, dass der Pathologe nicht gemerkt hat. Kann man doch... Ach so, geht doch nicht. Ich kann es nicht ertragen, dass immer wieder da solche Sachen stattfinden bei Ihnen in Ihrer Abteilung. Das geht nicht. Wir brauchen für die Vernehmung aber auch einen Kaffee, oder? Ja. Die ist runtergefallen. 18 Meter. Ja, dann kann ich mir die Ministerin ausprobieren. Wir brauchen hier jetzt die weitere... Ja, ja. Ja, ja. Ja, danke. Untertitelung des ZDF, 2020